Hey, Commander. Etwas Obst gucken? Habe ich gerade von meiner Frau bekommen. Okay. Wie Sie wissen, ist die Situation hier ziemlich brenzlig. Unsere Truppen sind zusammen mit den Briten in die Normandie gerauscht. Jetzt müssen wir weiter ins Inland vorrücken. Sie müssen sich mit ihren Männern durch die Linie der Krauts schlagen und so schnell sie können, Saint-Laure einnehmen. Wenn Sie es nicht schaffen, die Sachen in Frohlen zu bringen, nageln uns die Krauts hier noch ewig fest. Amen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020